Kann ich mich irgendwann drum kümmern? Oder auch nicht? Zwei wichtige Leute? Oh, da war noch einer. Verdammt. Ich habe den Agenten gefunden. Er ist tot. Entschuldigung, die die LAP-SAMPLES, die er hatte. Hmm. Füll Ammo. Inventory full. Sniper Bullets. Damn. Okay, das war ein bisschen hoch. Shit. Kommt der jetzt in meine Richtung? Nee, er geht quer. Geht da runter, was mir die Möglichkeit gibt. Den auszuschalten. Oh, er geht jetzt da runter. Wow. Shit. Okay, die Hörne. Ich... Äh. Mein Fehler. Was hier? Ich frage mich, wann der Checkpoint war. Ja. Müsste ja vermutlich gewesen sein, bevor ich hier aufgeräumt habe. Weil keine Bodys verzeichnet sind. Ich frage mich mal hin. Oder? Ja. 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 ok hier sind auch weg save point ist gerade dran das heißt entweder haben die sich wieder beruhigt oder dadurch dass ich darauf dass ich neu geladen hat sind die nicht mehr hochseil mir gegenüber hätte eine idee darum ist eine schöne plattform ich habe nur ein achtfaches go aber oh yes ich habe eine unterlage 140 es könnte schwierig werden die drei haben sich gegenseitig ein bisschen im auge von dem ich den dritten nicht gescannt habe verfluchte hacke und die sind auch zu zweit ich will es mich verkohlen es scheint aber so dass die okay den habe ich noch erwischt ja das fass ist explodiert genau haben wir verstärkung geschickt wo ist er denn hin ich würde gerne wissen wo der hin ist kann ja kein schützenfest hier einfach so eröffnen ich den hier oben auf der ebene den müsste ich relativ einfach kriegen können zehn meter seit mit krass so ist der aus dem raster rausgefallen fluchte hacke so der ist der einzige der jetzt hochgeht der wird bis dahin gehen 140 meter wenn er umdreht sollte ich genug zeit haben zu schießen ich meine ich kann verschiedene alert warum der konnte auch gar nicht da hoch gucken dann sind die einfach zu stören 90 meter okay ich war zu weit alles klar scan drohne dürfte ich bitte es ist jetzt ein witz jetzt haben sie mich gescannt natürlich haben die auch dieselbe scan technologie doof gelaufen lauf shit was bist du 100 und 12 meter ok ok da ist jemand kann man schießen bingo soviel dazu na gut ach jetzt bin ich ja zum fluss runtergelaufen lass mal auf die karte gucken kann ich vielleicht vom anderen ende hier rein es sieht aus als wäre hier definitiv noch ein zugang ist gut ich gehe nicht wünschen für noch eine schwimm nee lieber nicht ich dachte das war etwas seichter als drei meter tief flucht ich kann natürlich nur wieder das hochklettern was markiert ist aber ja erstens hier ist ein durchgang der führt mich noch ein eingang okay Okay, mein Freund. Ich habe nur eine achtfache Optik. Aber das sollte ich trotzdem hinbekommen. 170 Meter ist ziemlich genau da. Und hinüber ist er. So. Keiner auf der Aussichtsplattform. Ah, der Heli ist verlassen. Okay. Wie gut, dass ich mal angefangen habe, die Gegend zu scannen. Weil ich dachte mir, dass schon irgendwo irgendwelche Posten sein werden, die mich da ärgern werden. Wie weit bin ich von meinem Eingang entfernt? Ah, die Klippe rüber. Ich sehe multiple Hostiles. Eine kurze Reaktion-Force. Kannst du sie jetzt auspürenzen? Wipe sie jetzt raus. Ich sehe sie nicht sicher. Wipe sie raus. Wipe sie raus. Ja. Wipe sie raus. Oh, da war noch einer. Tower. 116. Kugelsicheres Glas. Nicht sicher, ob ich da durchschießen kann. 113. Ziemlich genau 100 Meter, mein Freund. Sind da nicht zwei dahinter gewesen? Ich muss runterlaufen. Ich denke, meine Pistole ist einfacher zum Wegstecken. Ein Checker Note. Ob ich den überhaupt... Vermutlich nicht. Ähm... Hm. Okay. Lass mich nochmal... Ich bin immer noch auf 100 Meter eingepeilt. Ich muss das gleich wieder mal rausnehmen. Target down. Ich meine, Headshots, Explosionen. Alles wie gehabt, ne? Seeker, we have recovered a recording from Ivanovsky's lab from a listening device planted by our spy. Can you guarantee that this will lead no evidence? It must look like an accident. I assure you, General, this agent is colorless, odorless, tasteless. But there will be convulsions. None, Sir. As our test subjects demonstrate. No spasms. No foaming at the mouth. No discoloration. Yet less than a drop on the skin is lethal. Kurziatov has a reputation for being thick skinned. Perhaps they will have time to find an antidote. Impossible. None of the usual toxic treatment protocols will help them. Siberia's glorious leader is as good as dead already. Hmm. Money, money, money. Oh, Juggernaut. Okay. So. Oh, Juggernaut. Oh, Juggernaut. Schrotchen sind da liegen. Okay. So. Oh, Juggernaut. Oh. Und Schrotchen sind da liegen. nur in dem eckpunkt da ist nichts außer ein schnell eingreift trop ein mörser inventory warte ich habe moment ich habe 100 ich habe 100 kugeln in dem ding hier und 25 zum nachladen ich wundere mich auch ich habe ich könnte luring haben könnte luring wolle es haben das wirst du ok eine pistonraube tatsächlich eine pistonraube könnte helfen den schnee zu räumen baut sie nie bei inkommen message bauty reward bauty active 104 Meter. Das sollte erstmal keinen alarmieren. Äh, da muss ich außen rum. Ich sollte erstmal keinen alarmieren. Natürlich, convenient. Ich kann einfach weiter geradeaus laufen. Hm. Die unterhalten sich, also sind da mindestens mal zwei. Ah. Climb. Okay. Okay. Ein 100. Ein 60. 60 Meter. Sollte eigentlich, äh, könnte Aufmerksamkeit erregen, wenn er, wie gesagt, könnte. Du bist ein Offizier und du bist ein Juggernaut. Also... Ich will nicht unbedingt den direkt... Ich will nicht unbedingt den direkt umnieten. Und ich will noch den einen Offizier, also den einen höherrangigen da verhören, deswegen... Oh, das wäre die perfekte Möglichkeit, wenn der... Da drin ist... Ah, fuck me. Warum habe ich keine Armour-Piercing für den... Hm... Mad-Killed. Na, wie benutze ich den jetzt? Nachladen... Ah. Fast wie ein Mad-Kid. Fast. Dann... Ja, ich bin hier rein... Da, da, da... Hm... Dieser blöde... Dieser blöde Juggernaut. Unglaublich. Oh, da war einer. Hm... Okay... Okay... Oh ja, ich habe ja die große Ratatat... Warte, wo ist der? 60 Meter. Shit me! Ist auf der anderen Seite von diesem Hügel. Naja... 40 Meter... Ah, diesmal kann ich durch den Zaun schießen. Oh, okay... Ich kümmere mich nicht um die Sauberkeit vom Job. Das ist manchmal... Also heute nicht. Heute werde ich ein bisschen Spaß haben. Jetzt wird mein Vater natürlich wieder sagen... Äh, Spaß... Was ist ein Händler dran? Spaß, einfach Leute abzuknallen. Ja. Da ist noch ne... Ich dachte, ich hätte da was gesehen, aber naja... Oh... Oh, noch einer, der sich nach vorne getraut hat. Oh... 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 Dammit, das war mein Fehler... Oh... Oh... Nein! Ja... Letzter Checkpoint. Wo war mein letzter Checkpoint? Bounty activated. Oh, sie sind noch nicht wach. Okay. Weil ich habe auch noch nicht alle... Okay. Okay, die scheine ich ausgeschaltet zu haben. Okay, die Bodies sind verschwunden. Okay, ich muss mal das Wasser sagen. Tja, ich kann das auch mal gucken. Okay. 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 Okay, da steht einer an der Tür. Zwei Stück. Einer ist alarmiert. 15 Meter. Komm weiter, weiter. Weiter wird es wohl nicht gehen. Wollen wir mal sehen. Ah, zwei Bodies down. Das könnte ich manipulieren. Und die machen jetzt nochmal. Vielen Dank.